Immer musst du den Daniel filmen, wenn der vorweg fährt. Ja, 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 ja! Oh, der ist voll verblasen. Oh, hey, warte mal, der ist voll abliegen vor. Kommt der denn rum oder darf ich das nicht so einbeflenken? Der Kampi ist mir da rumgedruckt. Der Kampi ist mir da rumgedruckt. Ich bin schon auf den Leder, glaube ich. Dann kann ich jetzt noch mal reinfahren, ne? Kommt der Kack, ja? Kommt der Kack, ja? Ich weiß, dass wir das nicht so ein paar Worte. Ja, ja, ja.